heute bei was ist los zu gast erik hortes aus baden baden er ist regisseur drehbuchautor macht filme macht sehr viel was er so genau alles macht wird er heute erzählen bei was ist los herzlich willkommen ja danke für die einladung erstmal ja wie geht's dir ja du ganz gut seine verrückte zeit momentan erst corona jetzt krieg immer immer action ich habe gesagt regisseur produzent drehbuchautor was hast du denn alles gelernt so weit das ist ja schon also wenn man sich mal mit dir beschäftigt da ich oder war schon einiges los da habe ich gelernt ganz klassisch mediengestalter für bilden ton in berlin und dann ziemlich viel privat gemacht also privatschule mentor von mir das war der liebe helmut kraus wenn wir noch dazu kommen ja genau der hat mich so nach unserem ersten film unter seine fittiche genommen und hat mir dann noch mal so privat also auf privatschulweg praktisch richtig regie beigebracht wie ich schauspieler für wie ich mit dem umgehen muss synchron synchron regie synchron schreiben das hat er mir alles beigebracht und ganz ganz witzig so weil er das so als privatschule gemacht hat da hat er mir sogar so eine art diplom ausgestellt da steht dann drauf matura synchroner okay das ist von ihm von seiner von seiner schule dann genau was was muss man denn ich sage jetzt mal welche fähigkeiten muss man denn mitbringen also wenn ich jetzt sage okay ich möchte jetzt auch regisseur der film produzent werde ich mal klar ein film produzieren mit dem nötigen equipment kann mehr oder weniger jeder versuchen aber welche fähigkeiten braucht man sag ich mal für die einzelnen sachen zum filmbusiness man muss es wollen und man muss es dann auch machen natürlich braucht man dann bestimmt auch kreativität zu dem ganzen ja da kommen wir noch hin erstmal ist wichtig man will es und man macht es ich habe oft filme gedreht komplett ohne kohle mein erster film mein erster spielfilm den habe ich gedreht während meiner ausbildung in berlin der gründer heißt komplett ohne geld nicht ich hatte 1000 euro davon haben wir eine riesige wurst gekauft als verpflegt die war wirklich riesengroß im metro die hat jeder gehasst am set es hieß immer oh nein die wurst als catering als catering ja 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 und da hat mir der helmut kraus hat auch schon viel geholfen der hat so seine ganzen schauspielkollegen mit an bord geholt santiago cisma zum beispiel deutsche stimme von spongebob schwammkopf wolfgang fölz ganz bekannt lebt auch schon lange nicht mehr alle dazugeholt praktisch kostenfrei nicht umsonst aber 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 kostenlos praktisch mitzumachen weil sie an das projekt dann geglaubt haben und das ist das ding glaube versetzt berge wenn du was machen willst da musst du auch dran glauben wenn du selber nicht dran glaubst kannst vergessen das kannst bei allem vergessen wenn irgendjemand was ich denke ich jetzt mal ein arzt vom patienten ist und uns schon vorfall das wird nichts dann fehlt ihm vielleicht auch die energy und die kraft da richtig was umzusetzen das ist ganz wichtig aber gerade so für für die jetzt für die größeren projekte da braucht man natürlich auch immer viel oder immer ein bestimmtes budget hat das ist ja auch mal wichtig ja geld ist immer wichtig ohne muss nichts los wenn ich jetzt an die serie denkt die die für ein swr kollegen zusammen gemacht habe die hat das waren zehn folgen 30 minuten die hat so 1,3 millionen euro gekostet das ist natürlich geld von dem viele produzenten an träumen aber da habe ich das erste mal gesehen wow da hat hat wirklich alles gestimmt da war alles da du hast ein super catering gehabt die komplette requisite war da weil da gab es ja für alles wirklich teams klar und die wurden alle bezahlt jeder hat sich um sein spezialgebiet gekümmert ja und das natürlich geld ist da super wichtig das glauben viele gar nicht wie viel geld ist verschlingt viele denken ja dann die schauspieler oder der produzent steckt so viel ein nein das stimmt gar nicht ist ja vieles tariflich bezahlt in deutschland und manches natürlich nach bekanntheitsbonus sage ich jetzt mal wenn wenn du jetzt unbedingt ein superstar willst ja klar der kostet auch geld das ist ja dann deine werbung die du für den film hast natürlich und aber alles andere kostet kostüme bei kostümen zum beispiel wenn man jetzt ein outfit hat von einem darsteller das muss dreimal da sein weil es wird ja abends dann immer gewaschen weil es irgendwie schwitzt oder sowas verdreckt da muss am nächsten tag wieder rein dann dann ist ein action damit oder fällt man auf den boden da verratzt ja irgendwas und wenn es dann nicht zur geschichte gehört muss es immer alles da sein genauso mit den schuhen krawatten und so weiter und so fort oder kleider und dann ist man schon mal gleich vierstellig ja ohne probleme genau was ist schon so die genaue aufgabe von von einem regisseur wenn regisseur gebucht ist zum beispiel setzt er sich mit dem drehbuch auseinander macht da auch vielleicht so ein paar anpassung weil der hat ja dann auch sobald da was liest eine vision ja eine visuelle darstellung wie es umgesetzt werden soll genau wie es umgesetzt werden soll wie es technisch auch umgesetzt wird muss er natürlich auch darüber nachdenken du hast viele art von regisseuren aber ich sage es mal wie ich da halt dran gehe ich habe es meiste selbst geschrieben oder mit geschrieben was ich auch produziert habe und da habe ich natürlich viele sachen im hinterkopf dann gleich der technische weg weil ich habe es auch gelernt mediengestaltung mit den kameras dann mache ich sehr viel vfx also das bedeutet visuelle effekte beispiel sowas wie das logo zum beispiel als animation oder was weiß ich jemand kriegt von einem alien in den kopf geschossen der kopf platzt so was zum beispiel auch viel mit 3d so und da ich das halt sowieso halt vom grafischen her mache kann ich mir natürlich auch schon vorstellen wie soll das umgesetzt werden ja dann macht man sich ein bild und überlegt das ist aber auch schon wieder ein prozess beim schreiben selbst welchen schauspieler besetzt sich die habe ich meistens schon vorher alle so irgendwie im kopf und schreibst dann auf den schauspieler selbst die rolle oder die figur du hast ja besucht sagt vieles hängt mit dem mit dem wille zusammen hast du irgendwie ein tipp für jemanden der in die schauspielbranche oder die filmbranche möchte ist auch wirklich in erster linie auch der wille und durchhaltervermögen klar man braucht mal ein bisschen talent muss schon ein bisschen auch vorhanden sein denke ich mal aber der wille der wille zählt bei allem und der glaube der glaube versetzt berge man soll sich nie was ausreden lassen okay das wichtig weil wenn man was hat erstmal erste regel wenn du ein wunsch hast oder irgendwas machen sie machen willst behalten für dich weil da kommen sonst immer leute die irgendwie die wollen immer status quo aufrechterhalten und die sagen dann ach nee das wirst du ja nie schaffen um gottes willen jesus maria und josef was will ich mein wollen dich da gleich so irgendwie dran hindern obwohl sie es vielleicht auch gut mit ihr meinen aber da entsteht dann so eine energie die dich die schon mal wieder so ein paar steine in den weg sie dann vielleicht runter schon selbst zweifel whatever je nachdem was für ein typ man ist deswegen machen und durchziehen deine idee für dich erstmal umsetzen alles vorbereiten und dann kann es starten dann kannst du noch jedem erzählen wenn es eh schon da ist dann kriegt sie auch jeder mit ja für jeden fall wichtiger tipp welche welche aufgaben er hat dadurch schwierige frage weil du ja eigentlich relativ viel macht schon wer von drehbuch bis regie führen welche aufgaben hast du denn bevor der film gedreht wird und auch während dem film wie kann man sich das so vorstellen so wenn man sich jetzt nicht auskennt es ja ja kommt auch wieder ganz davon was für ein film ist es jetzt oder mit wem man arbeitet wieder klar es gibt ja viele filme aber es gibt ja viele filme es gibt ja spiel natürlich mit schauspieler et cetera image filme auch serie whatever naja wie ist da meine aufgabe im vorfeld die ganze vorbereitung natürlich das ist natürlich auch wieder eine geld sache kannst du dir es leisten aufgaben abzugeben das ist sache oder musst du alles irgendwie doch selbst machen dann hast du natürlich dann sieht der tagesablauf so aus dass du aufstehst 20 stunden arbeitest vier stunden schläfst und davon schon im bett noch mal durch gehst oje oje was muss noch alles machen das ist natürlich katastrophal eigentlich musst du alles machen alles denken an die kleider an die kostüme an die requisiten wer macht's essen hilft die mutter mit oder oder die tante oder welche freunde kann ich einbeziehen oder wie kommt kommt kommen die schauspieler vom flughafen oder vom bahnhof wie kommen die ins hotel oder in die stadt oder zu der freundin wo sie übernachten müssen so viel deswegen boah es kann ich sogar nicht sagen es kommt aufs geld drauf an wenn du das geld hast kann das alles schon im vorfeld geklärt werden da gibt es dann immer meetings also so habe ich im swr halt erlebt da gibt es meetings mit allen mit allen chefs der abteilung praktisch chefs chef innen und außen genau der abteilung und dann wird wird es verteilt untereinander und ansonsten beim dreh selbst muss natürlich immer gucken welche szenen drin war heute welches bild mit den schauspielern ein bisschen interagieren mit dem kameramann mit dem licht der kameramann bespricht sich praktisch mit beleuchter auch wie wollen sie die szene ausleuchten wir reden da auch drüber was für eine stimmung will ich erzeugen mit den schauspielern die muss man natürlich auch immer irgendwie beschäftigen bespaßen ist ja ganz klar weil es sollte auch kein langweiliger job sein stimmst du nicht so jetzt geht's los 1 2 3 ab nee da muss schon auch freude dabei sein und spaß das ist immer ganz wichtig ist es dann schwierig wenn man so ein projekt plant die drehgenehmigung immer zu kriegen weil oder ist es einfach nur ein bürokratischer prozess das ist es deutschland ist ja eh so ein verwaltungsapparat ja vieles bürokratie manches kommt natürlich auch wieder darauf an wo man wo man drehen möchte manches geht dann einfach mit klingeln hallo hier sind wir hätten lust haben sie lust ja aber zum beispiel gab es mal ein dreh im alten schloss badenbaden da muss man dann ganz ganz klassisch dann über das rathaus die geben einem die nummer von der schlösserverwaltung das muss dann den weg gehen dann auch per e mail und bestätigung alles abwarten drehtermine abgleichen und geht nicht da ist was was ich eine hochzeit oder eine hinrichtung das wissen die leute alles gern was dafür arbeiter hinter steckt das kann man sich ja nicht vorstellen wenn man daheim auf der couch liegt soll man aber auch nicht das ist ja dann die leichtigkeit das ist ja die aufgabe die du zum beispiel hast und das ganze team dahinter halt weil ein film wenn man film gut wie man entspannt es wäre schrecklich wenn man jetzt einen film guckt oder eine serie und denkt oh gott was haben die da dann mussten sie da schleppen und und das den berg hoch und die und die ganzen kammern der licht lkw und die ganzen lichter aufstellen und kabel verlegen dann war es da so heiß jeder muss abgetupft werden die sind alle alle fast schrumpft vom spitzen ja nee soll der zuschauer gar nicht denken das war ja bei rudy karell immer so da hat es mal in interviews gesagt auch seine ganzen gags oder 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 der ganze abend von der show war von a bis z komplett durchgeplant aber der hat es mit so einer leichtigkeit irgendwie alles gemacht dass es der zuschauer nicht merkt mal dadurch wird der zuschauer dann nicht aus der illusion gerissen das ist eigentlich gar das ist dass es spontan kommt und nicht zu geplant durch durch eben schon von deinem ersten film die gründer erzählt habt der gründer der gründer der gründer ja genau da steht den du mit helmut graus gedreht hat schon leider vor einer weile verstorben also gesagt habt man kennt ihn ja als nachbarn pascholke von 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 löwenzahn watching damals kennengelernt war das damals in berlin oder in der schule das liegt noch echt ziemlich lang zurück das war 2004 da war ich bei einem kumpel in seinem musikstudio werden ein kasten bier ein bisschen rumgeblödelt gesponnen überlegt er hat musik gemacht so 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 termin alien töne und ich habe mir einen neuen film ausgedacht das war eigentlich ziemlich spontan und da mal im internet dann einfach geguckt oder wem besetzen wir und da habe ich ein foto gefunden zufällig von helmut graus als frau verkleidet ok und da hat dann der kollege sagt bord der ist so irre der ist so der muss zu nehmen und da habe ich den helmut graus erst einmal so wahrgenommen natürlich recherchiert wer ist es ach so ist der herr pascholke aber ich habe zwar auch als kind immer löwenzahn geguckt ich hatte helmut graus ganz anders im kopf und zwar seine stimme der ist ja ein ganz krasser synchron sprecher gewesen keine zeichentrickserie kein film keine serie ohne seine stimme der ganz viel gemacht zum beispiel der prinz von bel-air leider den onkel phil gesprochen oder oder bei star trek den klingonen bruder also also den den bruder von warf dem klingonen zum beispiel also helmut graus hat so viel gemacht ja und irgendwie hatte ich da lust auf ihn bekommen profischauspieler ich will was mit dem machen wir haben angerufen ok ich wurde die über recherche dann an seine nummer gekommen das telefonbuch ja und man hat sich verstanden so ja wir machen mal was dann sind aber trotzdem so zwei drei jahre vergangen habe ich in berlin gelebt und dann habe ich vor gehabt eben den gründer zu drehen und da habe ich ihn dann kontaktiert was im drehbuch gezeigt und generell das projekt anders ich habe es ihm so ein bisschen am telefon erzählen er meinte weißt du was wo wohnst du ja berlin da und da sagt perfekt eine straße weiter wo mein sohn bei dem bin ich eh ich komme an dem dem tag zu dir du machst was zu essen und dann stellst mir dann film vor so ist es passiert dann auf handschlag ging es dann praktisch los und so lief es dann du hast auch eine tolle serie gemacht vor der weile patchwork gangster für mich als als rapmusiker war das eigentlich eine coole sache weil die ja auch hier entgegen gespielt hat und es war drei war oder für swr erzähl mal da ein paar worte darf davon für die leute die es die serie nicht kennen ja also patchwork gangster das mit remedy drama und comedy gepaart das war nicht meine idee das ist die idee gewesen von christian karsch den kennt man zum beispiel auch viel aus galileo der sehr viel für galileo gemacht das war auch seine erste fiktionale serie und wir waren kollegen beim swr haben uns auch sehr gut verstanden und weil ich ja erfahrung mitgebracht habe eben von dreh mit schauspielern und so weiter haben wir uns zusammengetan haben noch einen guten super guten chef gehabt den michael barth und der hat der hat wie sagt man diese 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 inklusion hat also super gut gefunden so dieses aufeinandertreffen hat das dann auch unterstützt und dadurch ist dann möglich geworden dass ich mich da voll einbringen konnte weil ich habe so ein paar sachen sind am drehbuch hier müssen wir dies und das anpassen weil wie es haben wir ja schon gesagt da denke ich dann natürlich gleich wie wird es dann im film aussehen letztendlich damals zusammengetan und dann ging es auch los und um die besetzung ich kannte da ja schon viele von vorherigen projekten karte karenbauer und karte karenbauer also da waren ja wirklich einige ja da haben alle mitgemacht mit denen er nicht alle aber aber viele mitgemacht mit denen ich vorher halt auf jeden fall schon getreten ist santiago zismas dritte projekt mit ihm billy zöckler war ihre letzte rolle diese auch leider schon verstorben karte karenbauer ja also wirklich ein paar tolle leute dabei gewesen auch teile hier oder in der region oder in rastadt gedreht komplett komplett hier baden baden rastadt und ein kleiner teil in karlsruhe wenn man die hochhäuser das war ja genau und der club war zum beispiel freiraum genau das alles einmal freiraum einmal die sansibar in baden baden waren ja zwei clubs ja stimmt stimmt aber sollte man sich auf jeden fall mal angucken wenn auf jeden fall da auch was wem spaß macht man findet es bei funk.net und bei youtube genau der der arbeitstitel war eigentlich ein anderer der ist der bronz glaube ich oder was der erste titel war grandmaster franz das war eine ganz spontane idee von dem christian karsch und den hat jeder geliebt den titel wirklich also lustig wäre schon gewesen wäre schon lustig gewesen aber wir waren ja beschäftigt beim swr und swr ist auch viel verwaltungsapparat und die haben die haben ihre ihre anwälte da die justis und dann hieß es natürlich grandmaster franz gibt es da nicht grandmaster flash da war doch was ja und dann musste natürlich die abteilung erstmal bei ihm anfragen weil der hatte der hat den namen grandmaster flash auch namen rechtlich geschützt marken rechtlich geschützt dann wurde die anfrage gestellt und sie ist nein ihr dürft nicht so dann muss man sich neuen titel überlegen und die hauptfigur in der serie heißt franz bons sind wir da drauf gekommen der bons aber irgendwie wollte das nicht so wirklich ziehen bei keinem konnte sich niemand so wirklich was darunter vorstellen und dann haben wir uns einfach mal so die köpfe zerbrochen und sind da drauf gekommen cool weil mein chef damals der hat auch gesagt holten titel denkt doch mal nach denkt doch mal an stranger things was beschreibt stranger things das genau das was die serie ist es sind strange merkwürdige fremde dinge die da passieren ja stimmt und deswegen patchwork gangster warum patchwork ein banker trifft auf einen rapper und wird irgendwie so zum gangster ist irgendwas serien mäßig derzeit geplant von dir oder hast du irgendwas also corona hat einem ja vieles vergeigt gerade ich habe bis bis kurz vor corona auch mit dem christian zusammen für galileo gedreht nochmal beiträge gemacht aber dann kam corona hat halt vieles zunichte gemacht und als man dann so nach und nach glaubst du es war so ein paar monate nach corona habe ich einer freundin geholfen bei so einer youtube sendung das mache ich aber auch schon lange nicht mehr weil das auch viel zu viel arbeit wirst du ja wissen ja ja weil wenn man nicht gerade live schnitt macht sitzt man wie gesagt echt ewig dran wir haben damals glaube ich auch so vier fünf sendungen pro tag gedreht ja und dann war ich halt die ganze zeit im schnitt effekte rein ja und das habe ich nicht mehr gemacht aber ganz spannendes thema ich habe dann ziemlich schnell danach älteren mann kennengelernt aus baden baden der ist jetzt über 90 okay ja und der war geheimdienst mitarbeiter jahrelang vom britischen geheimdienst und der führt seit über 60 jahren tagebuch und man hat sich so verstanden und der hat nichts veröffentlicht bisher okay und der will alles veröffentlichen jetzt ein problem der hat alles mit schreibmaschine geschrieben okay ja ich habe dann dem jetzt geholfen alles zu digitalisieren das ist eine horrorarbeit ein jahresalbum ist vielleicht so dick hat irgendwie 120 seiten oder sowas das musste ich dann anstatt dass ich es abtippe das hätte ich nicht gemacht aber es gibt da so eine app da kannst du es abfotografieren und dann wird das bild in text umgewandelt ist trotzdem vieles falsch das muss trotzdem alles händisch verbessern zu machen eine arbeit ja wirklich und das sind so krasse dinge die der mann schildert habe ich zudem auch gesagt also wenn sie das veröffentlichen teilweise glaubt es kein mensch wollen sie das vielleicht auch erzählen ja auf auf kamera auf film festhalten aber ja gesagt dann habe ich mit dem über wochen das ging es knapp drei monate bald jeden zweiten dritten tag weil der ist auch schon älter schwach konnte nicht mehr so alles voll interviews geführt und er hat praktisch seine komplette lebens geschichte erzählt ja da arbeite ich gerade dran das ist so ein mammutprojekt ist denn anders da ein oder was ist anders da bei einem film zu produzieren wie im galileo beitrag ist wahrscheinlich die die drama die dramaturgie vielleicht auch die brauchst du auch bei einem galileo beitrag zum beispiel es funktioniert ja nichts und ohne dramaturgie du musst ja ein thema vorstellen genau wie in einem film die story die figuren protagonisten dann praktisch um was es geht die handlung so eine art drei akte nö es ist eigentlich film ist immer gleich im großen wie auch im kleineren ist ja genauso in einem werbespot ist auch das selber dann nur kürzerer zeit muss trotzdem den den zuschauer packen zumindest versuchen wenn es gelingt ist super das ist das wichtige eigentlich das ist jetzt schon seit seit jahren so dass das streaming immer mehr mehr an marktanteilen und generell gewinnt wie siehst du das als jemand der in der in der filmbranche direkt ist oder davon lebt ich denn streaming größtenteils ein segen oder fluch beides würde ich sagen du hast natürlich jetzt wo man das netflix betrachtet viel mehr möglichkeiten produktion aus anderen ländern zu sehen was weiß ich da gibt es ja filme aus dem kompletten asiatischen raum franz viele französische filme gut die haben wir vorher auch sehen aber dann halt auch spanische filme oder auch türkische filme noch nie zuvor gar nicht gesehen also im fernsehen zumindest deswegen ist es natürlich gut allerdings was was ich da so ein bisschen blöd findet das ist auch jetzt bei den oscars so du hast du hast also spezielle vorgaben jetzt halt bekommen was was ich ziemlich woke alles und ja ich weiß nicht ob das so dienlich ist wenn du wenn du eine geschichte erzählen willst dass du spezielle punkte dann einfach erfüllen muss was weiß ich zum beispiel jetzt die und die rolle muss muss transgender sein zum beispiel oder hier brauchst du latino hier brauchst du schwarzen und so weiter was ist wenn das kann die geschichte passt dass man immer so frei ist ja das stelle ich mir dann irgendwie schwierig vor weil zum beispiel transgender sache da kannst du nicht einfach dann besetzen sondern das muss dann auch einen wichtigen sinn erfüllen auch mit dem thema aber vielleicht vielleicht ist gibt es gar nichts in der geschichte zu dem thema ja deswegen ist es blöd weil auch wenn man sagt ja die frauen rollen müssen so gepusht werden finde ich gar nicht wenn ich bin großer star trek fan richtiger trackie und wenn ich zurückdenke als da waren so oft frauen in führungspositionen oder sowas denkt man jetzt an star trek voyager captain jane bay da habe ich gar nicht drüber nachgedacht irgendwie eine frau das ist für mich so normal und wenn man das dann aber so als muss vorgepappt bekommt da hat es immer so einen blöden beigeschmack finde ich wenn du selbst einen film schaust oder ein fernseher guckst guckst du anders da für wie jetzt wir das machen guckst du aber wie haben sie das gemacht manchmal nur manchmal welchen film so packt dann nicht okay hast du irgendwie gerade im kopf eine verrückte oder besonders skurrile geschichte die mal beim dreh passiert ist so eine kurze okay die marke erzählen kann ja ja hat auch mit helmut graus zu tun wir haben gedreht in lichtenthal im privathaus auf der terrasse und das haus steht auf so einem hügel da geht es runter was weiß ich 30 meter oder sowas und helmut hatte das und trench coat an war noch eine andere schauspielerin in der sinne dabei cecilia pilado und die szene bestand daraus dass sie sich praktisch erschrecken umdrehen dann weg rennen müssen so war abend dämmerung glaube ich ja es ist es war schon relativ dunkel und der helmut hatte so lange trench coat an und die schauspielerin das ist eine südamerikanerin die ist natürlich auch sehr temperamentvoll und alles und da der helmut sich ab und zu so aufgeregt so der konnte sind vertragen diese wucht dann drehen die sich um und sie hat dann halt auch so heftig gespielt dass er irgendwie es gleich verliebt gewicht verloren hat und dabei auch schon die klippe sozusagen links eigentlich wäre es ein einfacher dreh gewesen aber irgendwie das keiner so im blick gehabt und auf einmal das war wie in zeitlupe stürzt helmut so wirklich so und es war wirklich wir waren alle wie erstarrt ich habe zwei gedanken gehabt da schäme ich mich auch für einen aber das sind so die blitze denen erscheinen erst mal oh nein jetzt stirbt helmut und zweitens wo ist der making of kameramann aber ich bin dann wirklich blitzartig wirklich vorgesprungen der kameramann hat seine kamera fallen lassen der fotograf als standfotograf springt auch die schauspielerin auch dabei packt ihn an seinem mantel wir springen alle runter stützen ihn so ab und der ist wirklich so über der klippe gehangen nur noch die bei die füße waren da praktisch auf der erde wir konnten den zurück buchten und es wäre ich böse ausgegangen da wäre alles rum gewesen das wäre ganz schlimm gewesen und was war dann helmut kommt zurück wieso helmut alles gut mit dir ja jetzt bin ich genau richtig drehen wir weiter ja also manchmal kann es auch sehr makaber zugehen am film aber und da gibt es auch viel streit aber das ist das ist gut ich habe mich viel mit helmut gestritten zum beispiel aber wir haben das eine gute streitkultur gehabt es war kein böser streit bei sowas kommt so weiter ja und du kommst da natürlich weiter manchmal muss einem dann halt mal auch was eingestehen wenn du nicht der meinung bist aber ja das ist das leben so ist das leben gibt es irgendwelche ziele die du große ziele kleine ziele die du gerade hast oder die du verfolgst oder was da ich schaue was die zukunft bringt und wie sieht es mit vorbildern aus vorbilder sind immer immer unterschiedliche das also bei mir zumindest kommen immer andere vorbilder ich habe natürlich von kind in der kindheit habe ich andere vorbilder gehabt wie jetzt das entwickelt sich ja auch so irgendwie früher war ein vorbild walt disney weil ich immer ein dagobert duck fan war zum beispiel und dann nach einer weile was tim burton der regisseur weil ich dem seine art von film super fand jetzt auch nicht mehr die alten jahre so maße tags edward etwa mit den scherenhänden und sowas bildes aber alles was danach kam nicht mehr deswegen erst verändert sich alles so ein bisschen aber von der philosophie sage ich mal gene rotten berry das ist der erfinder von star trek zum beispiel da deine ganz spezielle philosophie gehabt es war wirklich sehr interessant eine frage die ich immer am ende stelle jeden gast was ist für dich heimat dort wo ich mich zu hause fühle also ich komme ja von hier aus der gegend bin bahn baden geboren gar genau gernsbach und gar genau aufgewachsen und war lange in berlin lang in münchen und da habe ich dann immer gemerkt dass mir hier unsere gegend immer gefehlt hat egal wo ich war die berge die mentalität er das gewohnte also hier baden ist meine heimat das ist schön ich glaube ein tolles schlusswort schön dass du da warst war wirklich interessant und kurzweilig danke für die einladung wir wünschen dir auf jeden fall weiterhin viel spaß erfolg und natürlich auch den will merci das war erik hat es bei was ist los ciao